Lese gerade, DFB verlängert mit VW als Hauptsponsor. Und dann denkst du, oh schade man DFB, ja. Du hättest auch die 3,6 Millionen kleinste Unternehmen mal mit einbeziehen können, ja. Ich meine, das sind die, die die Stars von heute mit groß gemacht haben. Die haben die ganzen kleinen Fußballclubs doch gesponsert, das machen sie heute noch. Und jetzt stell dir mal vor, die würdest du mit einbeziehen und die hätten dann so Badges auf ihren Fahrzeugen und so. Offizieller Sponsor vom DFB, von den Nationalmannschaften. Wie geil wäre das, ja. Dann hättest du nicht nur die Mannschaft und VW, sondern die Mannschaft, VW, die kleinen Unternehmen und uns alle natürlich. Das wäre doch voll das Ding, wenn das gehen könnte, ja. Und wenn die Kleinen auch mal Zugang zu den, fairen Zugang zu den Stars hätten. Oder wenn sie mal die Chance hätten, vielleicht in ihrer Region im Stadion ihr Unternehmenslogo über die Banner laufen zu sehen. Das wäre doch geil, das wäre eine richtige Gemeinschaft. Und die Kleinen würden auch die Sichtbarkeit bekommen, die sie verdienen. Wenn du die Idee auch geil findest, ich habe gerade auf Change.org eine Petition gestartet. Hier kannst du unterstützen. Auf geht's.